Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Teil von The Last of Us Multiplier mit mir, Cypher Squad LP. Ja, heute mal direkt am Mikrofon. Ich versuch's einmal. Mal sehen, wenn ich nicht so viel rumschreie, also rumschreie, aber wenn ich mich nicht so viel aufrege, dann könnte ich ja das gleich direkt auf die Aufnahme packen. Also, brauche ich nicht so viel schneiden, ist natürlich auch ein bisschen weniger Arbeit für mich. Und ich darf jetzt anscheinend nur Kontrollpunkt auswählen? Ne. Uni, Kontrollpunkt, ist alles beides okay. Mal schauen, Kontrollpunkt finde ich ein bisschen besser. Mal gucken, mal gucken. Ja, Kontrollpunkt, sehr schön. Okay, dann nehmen wir noch die Halbautomatik und fangen mal mit dem Multiplikator. Machen wir billigere Munition. Haben wir noch recht viel von. Und dann haben wir hier einen schönen Ladescreen. Mal wieder. So, bin ja mal gespannt, ob das Ganze hier so funktioniert. Ich mir das vorstelle. So, da geht's auch schön los. Ich werde gleich mal gucken, wen ich im Team habe. Mal schauen, mal schauen. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es so ungefähr die Aufteilung wird. Und los geht's. Ich mache mich direkt nach links. Und von da kommen welche. Den habe ich noch markiert gekriegt und jetzt muss ich mich natürlich... Was tue ich da? Keine Ahnung. Ich brauche Medizin. Der kommt los. Ich helfe dir. So, den Kollegen hole ich wieder hoch. Bin getroffen. Verschränkt. Verletzt. So, da war einer weg. Aber den werden sie natürlich retten, schätze ich mal. Aber ich habe schon mal einen abgeknallt. Das ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Oh, und wir haben einen guten Sunny dabei. Das freut mich. Den habe ich markiert. Jetzt werde ich mal nach rechts gehen. Und da habe ich ihn exekutiert. Sehr schöne Vorarbeit vom, ich glaube, Fubel war es. Ich helfe dir. So. Da kam die Bombe. Und von der anderen Seite. Ei, ei, ei. Und hinter uns. Hinter uns. Hat er ihn? Er hat ihn. Sehr gut. Ich komme da immer noch nicht ans Supply ran. Das ärgert mich jetzt irgendwie gerade. Beeilung. Ein Hunter. Da drüben. Ein Hunter. Wieder ein Hunter weniger. Den habe ich aber exekutiert. Wunderbar. Und jetzt werde ich mir mal das kaufen und das kaufen. Und zur Not mache ich mich einfach hinten zum Supply. Du kommst nicht weg. Ich habe mich markiert. Ich glaube es hier fast nicht. Ich mache mich mal zum Supply. Das ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu heiß hier. So. Verarzten. Nagelbombe das. Ausrücken. Aber die kommen doch immer wieder von vorne irgendwie, habe ich das Gefühl. Da ist jetzt noch einer weg. Versprengt er. Volle Deckung. Bin getroffen. Halt durch. Ich helfe dir. Alles wieder okay. Ich helfe dir. Huieiei. Fertig. Ausrücken. Erwischt. Verdammt, wenn ich jetzt rausgekriege aus dem Sack, Eika. Jawoll. Wunderbar. Und der Sunny, der macht hier seine Arbeit richtig nice. Also, Kuba, wenn du das siehst, Respekt einfach nur. Wunderbar, machst du das. So, wir machen noch ein Messer. Und dann suchen wir mal Kuba. Und machen ihm gleich zwei Geschenke. So, mal gucken, wo der Gegner ist. 17,8 steht. Ja, wunderbar. Kuba ist noch vor mir. Aber, da kam noch was durch die Mitte. Ich habe ihn doch gerade gesehen, ja. Ah, shit. Tötet ihn, tötet ihn. Halt durch. Ich helfe dir. Danke, Jungs. Vielen Dank. Ihr seid die Besten. Und Hackengas. So, 13 Schuss wieder. Da drüben. Ein Versprengter. Da habe ich markiert. Gut. Seitdem er durchs Fenster kommt, liegt die Bombe da. Jawoll. Sehr schön. Sehr schön. Wieder ein Versprengter weniger. Sehr schön. Und noch einer. Einer weniger. Sehr schön. Und da hat einer das Spiel verlassen. Das war ihm wohl zu viel. Ja, drei Typen alleine killen ist schon ziemlich, ja. Cool, würde ich meinen. Also, das kriege ich auch nicht immer hin. So, da kommt wieder Kuba. Mein lieber Sunny vom Dienst. Aber irgendwie, so langsam habe ich das Gefühl, der Last of Us Multiplayer wird bald, ja. So ein bisschen nicht mehr gespielt. Weil, das ist halt schon... Ja, ich weiß nicht. Man sieht immer Leute, die jetzt rausgehen und so. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Da macht es natürlich nicht so viel Spaß. Aber, was soll man machen? Ich kann mich jetzt ein bisschen fail, mich hier genau in die Mitte zu setzen. Aber, hey. Die Gegner sind nur noch zu zweit. Und... Kuba ist auch noch vor mir bestimmt, wegen dem Sunny. Aber das gönne ich ihm. Gönne ich ihm. Der geht nach oben. Und da habe ich ihn erwischt. Ich habe ja eine Rüstung, zum Glück. Oh, der hängt da aber schön. Lass die Beine baumeln, mein Freund. Lass sie baumeln. So. Gucken wir mal von oben. Ob wir irgendwie was sehen. Oh, Fubel ist in Schwierigkeiten. Fubel! Nein! Fubel! Fubel! Mein guter. Oh, ich sehe ja auch nichts durch den Rauch. Das ist natürlich auch nicht so... Nicht so doll. Fertig. Ausrücken. Der gute... Nein! Scheiße! Ich will nicht sterben. Jawoll. Danke, Kuba. Danke. Oh, der Kuba, der ist wahnsinnig. Ich finde den klasse. Und hier Kills... Killsmoochi... Auch nicht schlecht. Also, die Jungs haben es drauf. Wo ist mein Sunny? Komm her, Kuba. Ich gebe dir ein Medikit. 12-9. Damit kann ich leben. Aber, wie gesagt, das sind nur noch zwei Gegner. Von daher. Naja. Hm. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Freunde. Irgendwie habe ich das... Fast nur noch hier solche Games. Wenn ich alleine spiele, zumindest... Mit Jona und Bia ist das ja so ein bisschen noch was anderes zum Glück. Aber... Oben im Haus war einer. Das habe ich ganz genau gesehen. Okay. Okay. Fertig. Ich brauche beim Verarsten Deckung. Okay. Fertig. Oh! Wieso denn? Ach, der ist oben. Ach, okay. Er ist oben. So. Rache? Wofür? Wofür? Wofür habe ich die Rachepunkte gekriegt? Okay. 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 Rache. Einer ist in die Bombe gelatscht. Och, okay. Jo, jo. Und diesmal hat es Kuba erwischt. Nur eine Gruppe übrig. Oh, okay. Ja, gut. Letzter Gegner geflohen. Erwische ihn. Ja. Das mache ich. Okay. Fertig. So, wir laden mal den Revolver durch. Mal gespannt, ob ich hier noch down gehe irgendwie. Bislang eine Nullrunde. Ziemlich cool. Aber vielleicht halte ich mich auch mal auf. so ein bisschen zurück. Und dass die anderen so ein bisschen das machen. Genau 4000 Teile habe ich. Jo. Das könnte mal glatt eigentlich so stehen lassen. Finde ich eigentlich recht cool. Ähm. Jo. Vielleicht erwischen wir das eine Supply da noch. So. Hm. Hier noch auf. Ja. Bauen kann ich nichts mehr. Aber schade. Hätte ich ja noch ein Geschenk machen können vielleicht. Äh. Mitipack ist voll. Fubel rennt hoch. Fubel. Fubel. Er ist der größte Mann in Town. Hm. Achja. Stimmt. Da ging es ja hoch. Die Leiter muss ich mir mal hier merken. Die ist cool. Weil man kommt relativ schnell hoch. Das vergesse ich immer. Ich gehe mal außen rum. Tja. Aber wo? Könnte sein. Jupsada. Man kann ja springen. Aber auch nicht immer irgendwie. Verschreien. Da war er. Da war er. Und wer entdeckt ihn natürlich? Ich natürlich. Und Fubel. Na. Nehmen wir Fubel. Nein. Nein. So ein Mistkerl. Verdammt. Ach. Scheiße. Ach. Verdammt. Wie war das mit. Ich halte mich zurück. Und da kam wieder das Teil. Was immer zuschlägt. Wenn ich. Ne. Und so. Ach. So. Ein Mist. Okay. Wir wissen wo er ist. Wir wissen er hat. Ach so. Ah. Stimmt. Er hat das aus den Supplies gezogen. Okay. Gut. Oh. Schaffe ich das in 26 Sekunden? Oh. Schaffe ich das noch? Oh. Ich habe ein Bulle drauf. Geschenk. 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 Das schaffe ich. Das schaffe ich. Oh. Noch geschafft. Was. 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 Oh. Nö. Oh. Nö. Ach. Leute. Hm. Tja. Och. Ey. Nö. Oder. Das ist jetzt nicht wahr. Ich bin gerade ein bisschen pissig. Ich bin gerade ein bisschen extriebspissig. Freunde. Warum? Ich war so gut. Ah. Gut. Das war es für heute mit Multiplayer. Es hat natürlich. Schön angefangen. Und scheiße hat es geendet. Tja. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Leute. Ähm. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn ihr Mitleid mit mir habt. Gebt einen Daumen hoch. Es würde mich freuen. Oder schreibt mal in die Comments. Oder so. Ach. Bemitleidet mich mal. Irgendwie. Also. Ich glaube ich habe es jetzt gerade ein bisschen verdient. Gut. Leute. Das war es. Mit der Last of Us für heute. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Ecke und weinen. Oder ich stopfe mich mit Schokopudding voll. So. Ja. Ist egal. Gut. Bis dann. Und. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.